Als Installateur von PV-Anlagen plant Tim für seine Kunden viele verschiedene Projekte. Um das passende Montagesystem verlässlich zu planen, nutzt Tim am liebsten die Planungssoftware K2BASE. Denn K2BASE ist intuitiv, verfügt über grafische Werkzeuge und ermöglicht ihm die Planung in nur fünf Schritten. Als Tim vor zwei Jahren mit der Planung in K2BASE startete, half ihm als Neuling vor allem die Walk-Me-Through-Funktion. Der Schnell-Einstieg leitet Tim Schritt für Schritt durch die Planung. Überzeugt hat Tim auch die Hilfe-Funktion in der Software. Mit dem Klick auf das Fragezeichen erhält er zu Begriffen nützliche technische Erklärungen. So kann er direkt bei der Planung spezifische Begriffe nachschlagen und offene Fragen schnell und unkompliziert abklären. Beim Klick auf diese Fragezeichen erhält Tim zum Beispiel den Hinweis, wie er mit der verschnittoptimierten Verlegung Material einsparen kann. Und hat Tim noch mehr Fragen, kann er mit dem K2-Sherpa chatten. Wie der Sherpa, der die Bergsteiger im Himalaya begleitet, unterstützt der K2-Sherpa Tim 24 Stunden. Sieben Tage die Woche bei seinen Fragen über WhatsApp oder den Facebook-Messenger. Dank der intuitiven Planungssoftware K2BASE mit dem Schnelleinstieg, der Hilfe-Funktion und auch mit der Unterstützung durch den K2-Sherpa ist Tim bestens für alle seine Projekte gerüstet. Du willst auch deine PV-Projekte einfach, intuitiv und in wenigen Schritten planen? Dann nutze jetzt K2BASE und entdecke viele weitere Features.